Willkommen zu diesem Lernvideo der Reihe MyTrumpf in a Minute. In dieser Folge zeigen wir die MyTrumpf-Funktion Meine Servicefälle und beantworten die Frage, wie Sie Servicefälle in MyTrumpf erstellen und einen Überblick über diese erhalten. Erstellen Sie einen Servicefall mit nur wenigen Klicks, behalten Sie den Überblick über Ihre Servicefälle und verfolgen Sie deren Verlauf in Echtzeit. Wenn es ein Problem mit einer Ihrer Maschinen gibt, können Sie ganz einfach einen Servicefall erstellen. Klicken Sie dazu in der Hauptnavigation auf Meine Servicefälle. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Neuen Fall anlegen. Der erste Schritt ist die Vervollständigung der Falldetails. Wählen Sie einen Meldungsgrund und die betroffene Maschine aus. Geben Sie die Fehlernummer und eine Nachricht ein und fügen Sie ein Bild hinzu. Pflichtfelder sind mit kleinen Sternen gekennzeichnet. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Erstellung eines Servicefalls fortzufahren. Geben Sie nun Ihre Kontaktdaten für den Fall ein, dass Ihre Daten nicht automatisch vervollständigt wurden. Beenden Sie die Erstellung durch Klicken auf Senden. Ihr Servicefall wird umgehend von Trumpf geprüft. Um einen Überblick über Ihre Servicefälle zu erhalten, kehren Sie zur Startseite Meine Servicefälle zurück und verwenden Sie den Kalender oder die Filter Status, Maschine, Ersteller und Typ, um nach einem bestimmten Servicefall zu suchen. In der nachstehenden Tabelle sind alle Servicefälle mit Informationen über den Maschinennamen und oder die Maschinennummer, den aktuellen Status, den Typ des Servicefalls, die Fallnummer, den Namen des Erstellers und das Erstellungsdatum aufgeführt. Wenn Sie einen bestimmten Servicefall ausgewählt haben, klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts, um weitere Informationen zu erhalten. Auf der folgenden Seite sind nun alle relevanten Informationen zum Fall aufgelistet. Wenn es notwendig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Fall ergänzen, um eine Nachricht, eine neue Fehlernummer oder ein Bild Ihres Falles einzugeben. Sie können auch einen Rückruf anfordern oder den Abschluss des Servicefalls beantragen, indem Sie auf die anderen Schaltflächen auf der rechten Seite klicken. Scrollen Sie nun ein wenig nach unten, um den Fallverlauf sowie Ihre Kontaktinformationen abzurufen. Servicefälle sind transparent, das heißt, alle Mitarbeiter eines Unternehmens können alle über MyTrumpf oder die ServiceUp angelegten Servicefälle einsehen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Lernvideo über die MyTrumpf-Funktion Meine Servicefälle angesehen haben. Sehen Sie sich die anderen Folgen der Serie MyTrumpf in a Minute an, um mehr über das Portal MyTrumpf und seine Funktionen zu erfahren. Wenn Sie Fragen zu Ihren Servicefällen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihre Kundenbetreuung zu wenden. Besuchen Sie trumpf.com slash mytrumpf und registrieren Sie sich kostenlos.